Hallo zusammen! Letzte Woche ist mein neues Buch Immer kommt mir das Leben dazwischen erschienen. Dafür war ich viel auf YouTube unterwegs, denn mein Held Karl will unbedingt YouTube-Star werden. Er denkt über Lifehacks, Brands oder Challenges nach, aber leider kommt ihm immer das Leben dazwischen. Aber zumindest du hast jetzt die Chance, richtiger Booktuber zu werden und dich bei unserem Wettbewerb zu beteiligen. Gemeinsam mit dem Verlag Mixed Vision und Tales & More suchen wir den Nachwuchsflocker für die Redaktion von Tales & More. Ich selbst werde in der Jury sitzen und bin super gespannt auf eure Einsendungen. Ich wünsche euch viel, viel Glück und wir sehen uns oder wir lesen voneinander.